Echt nicht, nicht wahr, oder? Alter, was geht denn hier ab? Wer kommt noch mal mindestens 50? Wer opfert sich und geht runter an Bord die Wanzen? Der, der sagt. Immer der ohne Schuss kann. Ich hab ja kein Schicksal. Das kommt ja hier rein, das ist ja wie beim KDW beim Ausverkauf. Haben wir noch Schicksals? Ja, ich guck nach Schindlitz. Ich hab sogar Eisenmauern, was soll ich hier machen? Alter, Verwalter. Ich hab ja einen Hund, okay, ich geh wieder an der Stelle. Wie in deine Rübe hier. Du hast ein paar Schrotkugeln, dicker, fetter Sack. Komm her, du brauchst eh Bewegung. Oh, leer. Aber gut, warte, bis der Hund rot ist. Hey, ist noch einer. Da ist noch wieder einer. Der hält noch nicht still. Boah, da weiß keiner, wenn du das erste hinschießen sollst. Du schießt schon ohne Zielfernrohr. Ja, ja, ja. Das hat überhaupt so Zeilen hier. Das ist ja unglaublich. So, ich schieß euch direkt ins Gehirn. Hund ist down. Aber der Rest ist ja auch schnell, deswegen. Da kommen noch mehr, mein Gott, es kommen noch mehr. Da kommt noch ein Hund. Da kommt vorher weggeschossen, bevor er ankommt. Da kommen noch Krabbler. Noch drei Krabbler kommen, sehe ich. Ich glaube, jetzt sind alle so weit drinnen. Ich geh jetzt Bombe her. Gut, wenn alle drin sind, ist ja gut. Bombe wäre jetzt echt nicht schlecht gewesen. Mhm. Wir haben nur noch vier Stück in so einem Ding gehabt, oder nicht? Ja, die musst du platzieren, glaube ich. Ja, ja, stimmt. Hintisch, hihihiihi. Funt ihr. Funt ihr Arms in die Ere. Also ähnlich. Die hüpfen da rum. Oh Gott, ich brauche Pflanzenfasern. Haben wir Pflanzenfaser? Ja, wir hatten da zumindest mal irgendwann. Okay, ey. Krasse Rad. Die Krabbler kommen halt noch irgendwann rein. Aber ansonsten sieht es besser aus. Also ich gucke auf der anderen Seite, ob da noch irgendwas ist. Wenn ich sonst abgelenkt habe und mit einer anderen Armee irgendwo ankommen. Hä? Da ist alles ruhig, wie es aussieht. Krass. Scheiße. Es dauert eine Weile. Ich komme nochmal raus. Wir brauchen echt noch eine Plattform. Hier oben. Fürs Hör runterschießen. Nein. Nicht mal das Snipergewehr wegschmeißen. Falsche Taste. So, ich werde nochmal in Kriech gegangen. Gucken, ob sie sie durchgeschafft haben. Durchgeschafft? Ja. Ich höre noch irgendwo welche, aber ich sehe keine mehr. Ja, die Krabbler kommen noch rein. Was ist denn da für ein Gang, wo die immer durchkommen? Ja, da kommen die Krabbler. Krabbler, Krabbler. Sehr schön. Kommt noch ein oder zwei. Dann ist es vorbei. Da kommt der zweite Krabbler, da kommt der dritte Krabbler. Haben sie ganz gut gemacht, aber sie sind nicht durchgekommen. Noll. Robbe, Robbe, Robbe. Ist ganz gut, dass sie jetzt diese Mauer haben, wo sie nicht hoch können. Meine Pistole habe ich fast leer geschossen. Noch zwölf Kugeln drin. Musst du mal auch ein bisschen Munition machen, bei Gelegenheit. Ja. Junge, 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 Junge. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ein bisschen was ist immer noch draußen. Ja, aber der große Ansturm ist jetzt, glaube ich, weg. Jetzt sind sie auf jeden Fall nicht durch. Ja, ich glaube von der anderen Seite kommen welche. Haben noch Holzchen. Gut, dann gehe ich draußen mal die Wand jetzt ersetzen. Wie immer ist der da noch gegen die Wand? Ach, da unten ist noch ein Krabbler. Der hier. Da. Jetzt nimmer. Hat sich ausgekrabbelt. So. Ist einer runtergefallen. Ich habe mein Bein gebrochen. Naja. Mal wieder. Warte mal, ich lasse die mal gleich mit Eisen ersetzen. Okay. Ich musste eh looten, glaube ich, dass sie weg sind. Okay. Das sieht doch gut aus. Die Eisenglocke machst du wie genau? Was brauchst du für Material dafür? Also außer Eisen. Neun Eisenbahnen für ein so'n Ding. Also richtige Eisenbahnen. Ach so Scheiße. Ja. Neun Stück? Ich gehe da mal Eisen abbauen würde ich sagen, oder? Ja. Bin ich auch schon die ganze Zeit dabei, deswegen. Ich gebe mir mal mein Bein schieben. So, ich bin draußen noch zwei erledigt. Geh mal was essen hier. Kann ich kaputt haben, wenn ich es langsam nicht gemerkt habe. Der hatte Holz dabei. Habt ihr mich jetzt ausgesperrt? Ah. Also hier könnte ich aussperren? Das müssen wir öfter machen. Ne. Ich war zwischen Steinwand und Horizont. Mit irgendeiner Taste kommt man die Dinger ja auch abschließen. Ich glaube Kuh oder so. So. Ich kenne jetzt... Nämlich Kuh war die Waffen wegwerfen. Alles klar. Abschließen der Tür bitte nicht, weil es kann nur der die Tür aufschließen oder sie... Ich weiß. Aber es geht nicht. Ich wusste, dass es irgendwie geht. Ich wusste nicht mehr welche Taste es ist. So und ich bin jetzt aber raus dann. Alles klar. Die Tür. Bis morgen oder so. Übermorgen oder guten Rutsch oder was auch immer. Genau. Hau klein. Hau klein. Guten Rutsch ja. Genau. Guten Rutsch. Alles klar. Ich weiß. Ich weiß. Vielen Dank.